Ja, das ist so laut, das ist ja nicht auszuhalten. Schlimm. Hey Mädels, was ist passiert? Nee, er hört einfach nicht auf zu sein und macht alle meine Spielsachen kaputt. Ich verstehe, aber weißt du, kleine Babys haben ihre eigenen Spielsachen. Lass uns hier schnell aufräumen. So, und fertig. Hier Emma, setz dich hin. Komm her Mia, mal sehen, was wir für dich finden. Schau mal. Kleine Babys mögen Stofftiere. So, mal sehen, was wir noch haben. Hm, ein Musikball. Das sieht mal Spaß aus. Das stimmt, Emma. Babys mögen auch Spielzeug mit Musik. Oh, schaut mal. Ein Türmchen. Das hat sogar noch ein Geheimnis. Und jetzt haben wir einen Zug. Na, Mia, gefällt dir das? Und zum Türmchen zurück. Und Babys mögen außerdem... Bähchenbad. Aber es fehlen ja noch die Bälle. Mia, ich helf dir. Und das sieht so gut aus. Ich glaube, ich möchte auch freuen. Ihr zwei habt ja einen Spaß. Und es macht so viel Spaß. Ich möchte euch alle zu meiner Tee-Party einladen. Ah, das ist aber so lieb von dir, Emma. Kommen wir doch gerne. Katja, könntest du mir bitte ein bisschen Tee einschenken? Aber natürlich, Emma. Bitte schön. Und ein bisschen für mich. Und für dich, Mia, gibst du einen Schnuller. Emma, möchtest du auch ein Stück Kuchen haben? Oder ein Cupcake? Sehr gerne. Einen Cupcake, bitte. Hier, bitte schön. Oh, danke schön, Katja. Ja. Das hat Spaß gemacht. Und wie du siehst, es gibt für jedes Alter unterschiedliche Spielsachen. Und was hat dir am besten gefallen? Wir sehen uns bald wieder. Tschüss. Tschüss. Musik Musik Bis zum nächsten Mal.